Du bist wach! Er hat dich gerettet. Er sagt, er bringt uns zur Insel. Er weiß, wo sie ist und sie heißt Lacuna. Warte. Er besorgt uns ein Boot. Nein. Amicia! Zu Hause hatten wir einen Hund, aber ich habe ihn nicht oft gesehen. Weil du nicht rauskommst? Ja. Ich stellte mir vor, wie wir spielen. Ah. Verstehe. Wir sind da. Wo ist das Boot? Wo ist es? Ich hoffe, es ist groß. Es ist nicht weit. Ich lasse die Pferde frei. Den Rest des Weges gehen wir zu Fuß. Möben! Darf ich das ansehen? Bitte. Habt noch etwas Geduld. Gut. Das wird schon. Hoffentlich. Lass Luft ran. Das wird noch eine Weile wehtun. Atme und bleib ruhig. Lass mich doch bloß in Ruhe. Hör doch auf, so tapfer zu tun. Du könntest noch was lernen. Gut. Wieso bist du zurückgekommen und hast mich nicht sterben lassen. Sag mir, wieso sollte ich dir trauen? Ich könnte dich doch den Ratten einfach zum Fraß vorwerfen. Der Graf führt Krieg gegen uns. Den Abschaum der Provence. Den Abschaum der Provence. Die meisten meiner Männer, meiner Freunde, wurden getötet oder sie flohen. Irgendwann werden sie auch mich erwischen. Du bist also auf der Flucht? Ja. Sieht schlecht aus, aber du hast was Besonderes. Ratten. Für einen gesuchten Mann der sicherste Weg aus der Misere. Ich weiß, wo eure Insel liegt. Ihr müsst mich nur am Leben halten, bis wir sie erreichen. Amicia, schnell! Das musst du sehen! Ich komme! Spiel bloß keine Spielchen. Das hier erinnert mich daran, dass ich dich töten sollte. Und, was hast du gefunden? Riechst du das nicht? Ich rieche Pferde und... Uh, stink ich so? Nein, es riecht nach Seetank. Na komm! Warte, wir müssen reden! Nicht jetzt, das Meer ist gleich dort. Hugo, es ist wichtig! Komm gleich, aber... Ist er jetzt der Typ, der uns vorher die ganze Zeit verfolgt hat und uns dann da K.O. geschlagen hat? Was machst du da? Und der hat uns jetzt gerettet, weil, ja, jetzt wird er auch verfolgt. Dann, ja, kann er sich uns ja anschließen und uns helfen. Weil ganz viel Nächstenliebe und so, ne? Ich kann es ihm auch teilweise nicht verdenken, aber es ist schon ein bisschen seltsam, sich dann gerade denen anzuschließen, die man vor ein paar Wochen noch töten wollte. Aber nun gut. Wir trauen ihn auf jeden Fall keinen Meter weiter, als wir müssen. Einen schicken Undercut haben wir jetzt hier auch. Die Wunde sieht auch echt schmerzhaft aus, aber zumindest schon so weit verheilt, dass es nicht mehr aktiv blutet. Dann hoffen wir mal, dass er wirklich weiß, wo diese Insel ist. Und dass wir es mitkriegen, wenn er versucht, uns in den Rücken zu stechen. Ich meine, er hat Freude, er hat Spaß, aber er ist halt auch zu vertrauenswürdig. Er weiß halt wahrscheinlich nicht, dass der Arnaud da hinten derjenige ist, der uns angegriffen hat. Amicia, wir sind da! Hugo, du sagst gar nichts! Los jetzt, wir sind nicht wegen der Aussicht hier. Sag mir zuerst, wohin wir gehen. Zu einem Boot, ich kenne da jemanden. Wen? Eine Schmugglerin, sie hat ein schnelles, leises Boot. Wie schön. Mehr Verbrecher. Ja, so sieht's aus. Und du solltest dich schnell daran gewöhnen. Du wirst nach Lacuna, nach all dem Scheiß, den du gemacht hast, dann auf dem Boot oder du schwimmst. Ich will unbedingt auf das Boot. Ah, hörst du das? Das ist die richtige Einstellung. Die richtige Einstellung. Okay, irgendwie ist er mir ein bisschen sympathisch. Der ist so gerade heraus, sowas wertschätzig. Viel zu hoch. Bespring, ich fang dich. Hey, pass auf! Na gut. Ist das da hinten eine Stadt, wo wir hin müssen oder wo wir herkamen? Da leuchtet so, das sieht aus, wie wenn die in Flammen steht oder so. So ein bisschen zumindest. Aber die Aussichten in dem Spiel auch, ne? Also, das sieht schon immer sehr geil aus. Wartet mal auf mich! Du bist schwer. Deine Schwester füttert dich gut. Ich liebe Essen. Hey, schau mal, da unten. Mach doch mal langsamer! Der hier rennt zu. Hey, kurzer, langsam. Wir haben Verletzte. Wie rücksichtsvoll. Ich hoffe wirklich sehr, dass Arno sich jetzt nicht so an Yoko ranschmeißt. Und Yoko ihm dann irgendwie voll vertraut. Und dann Arno versucht, Yoko gegen uns zu wenden. Das wäre auch uncool. Aber eigentlich dürfte das ja nicht passieren. Wir haben so viel mit Yoko durchgemacht. Er dürfte eigentlich uns nicht misstrauen. Oh, so viele. Ist das eine Vogelarmee? Sieht so aus. Ich finde, du solltest zum Angriff blasen. Darf ich, Amicia? Wenn du willst. Aber bleib in der Nähe. Na los, Soldat! Angriff! Angriff! Haha! Wenn wir mehr Leute wie ihn hätten, hätten wir die Engländer schon längst vertrieben. Was weißt du schon vom Krieg? Ich war damals ein Ritter in Guyane. Oh, wir sind aus Guyane. Schade drum. Ja, war es. Hey, hast du meinen Angriff gesehen? Ja, die kommen nicht so schnell zurück. Ich könnte Soldat werden. Oh, in Zweifel. Oh, auf gar keinen Fall. Und zwar ist es eine eigene Entscheidung. Das werden wir sehen. Also eigentlich schon, aber hoffentlich nicht. Also es ist eine eigene Entscheidung, aber hoffentlich entscheidet es sich dagegen. Hier hängt schon wieder irgendein Fisch, den man an Ratten verfüttern kann. Das sind Löcher, wo bestimmt Ratten rauskommen. Wohnt hier diese Schmugglerin? Ja gut, aber die Behausung selber ist jetzt nicht so der Brille. Kann ich irgendwas sehen? Ist der Fisch nur als Depp nur zur Deko da? Das glaube ich doch fast nicht. Ach, da wären wir. Sag nicht, dass das dein Boot ist. Nein, aber es bringt uns hin. Siehst du die Stange? Da ist ein Seil dran. Du ziehst und ich schiebe das Boot auf meiner Seite ab. Kriegst du das hin? Ich weiß nicht. Ich bin zerbrechlich. Ich helfe dir, Amicia. Sag, wenn du bereit bist. Gut. Weiter so. Ah, no. Was? Zurück. Was zur Hölle? Oh. Oh, scheiße, scheiße! Die möden dich anscheinend. Sie hätten mich aufgewischt. Ihr seid so krank. Ach, komm. Na gut, wir bahnen dir einen Weg. Soll ich sie kontrollieren? Äh, das ging letztes Mal schief. Aber jetzt, jetzt schaffe ich das. Ja, versuchen wir es. Na, wenn du meinst. Aber ich weiß, da vorne ist ein leckeres Fischli. Sei vorsichtig, ja? Ja. Ah, ja. Jetzt haben wir ein Stresslevel. Das hatte ich eigentlich von Anfang an schon erwartet. Wo hast du das gewarnt? Fertig. Dann gehen wir. Sie folgen uns doch nicht, oder? Keine Ahnung. Wie appetitlich fühlst du dich? Verfressene Biester. Nichts für ungut Kurzer. Okay, die Witze zwischen den beiden finde ich super. Äh, wollen wir das Boot jetzt noch ziehen, oder? Äh. Zieb andere Fische noch mal unten schießen. Ich mein, ich hab unendliche Steine. Ich kann's trotzdem mal machen. Meine Ahnung, das Boot ist unwichtig. Oh, wir können sogar ein bisschen ins Wasser rein. Sie die Füße abkühlen. So, aber was machen wir jetzt? Äh. Das war doch das, was ich machen sollte, oder nicht? Weil die Ratten, die sind ja jetzt hier beschäftigt. Ich halt hier kurz noch mal hin, ob da irgendwas ist. Ah, ne Fede. Sicher von einem Seevogel? Einer Möwe? Bestimmt. Jetzt gehört sie dir. Hier. Ich liebe Möwen. Neue Fede gesammelt. Mann, das ist nur mit einer Kiste, sehr gut. Wir nennen sie Lachmöwen hier. Was? Siehst du, du wirst selbst zu einer. Los, gehen wir zurück. Also ich weiß nicht, entweder der Arno fällt uns irgendwann in den Rücken, oder wir freunden uns mit ihm an, und er wird uns adoptiv Vater eins von beidem. Oder er stirbt zwischendurch, wegen Ratten oder sonst was. Ja, aber ich kann jetzt hier nicht mehr mit interagieren. Bin ich doof, oder ist das ein Bug? Kann ich mit dem Ohr noch irgendwas machen? Okay, das Konzentrieren allein erhöht auch schon das Stresslevel. Ja, aber die kann ich ja jetzt nicht mehr kontrollieren. Was habe ich am Anfang der Aufnahme noch gesagt mit Game Breaking Bugs? Hier ins Wasser kann ich auch nicht. Ja, Mensch. Mal versuchen wir nochmal vom Checkpoint neu zu laden, oder so. Ich kann nur den ganzen Abschnitt neu starten, aber das ist ja nicht viel eigentlich. Oh, Mann. Hier überquere den Strand, das ist jetzt gespeichert anscheinend. Wir nennen sie Lachmöwen hier. Äh, was? Siehst du, du wirst selbst zu einer. Los, gehen wir zurück. Die Ratten sind jetzt hier. Die haben jetzt was zu essen. Ich kann hier nichts anschießen. Ich kann hier nicht mehr mit interagieren. Ich kann mit dem Boot nicht interagieren. Ich kann mit ihm nicht interagieren. Wo soll ich hin? Was soll ich tun? Was ist meine Aufgabe in diesem Leben? Was soll ich hier irgendwie durch? Kann ich hier durch? Okay. Hier geht's zu deinen Schmugglern? Ja, ist eine Abkürzung. Weißt du, dass Ratten in deiner Abkürzung sind? Ja, also auch weniger Soldaten. Und wir haben doch den Jungen. Gott, das gefällt mir nicht. Okay, ich hatte gedacht, wir brauchen das Boot, um irgendwie das Wasser zu überqueren. Aber das hat einfach nur das Loch verstopft, deswegen. Okay, ich war einfach selber nur dumm. Aber kann man es mir vorwerfen? Ich weiß nicht. Kletter hoch. Ja. Ja, und in der Gesellschaft von Verbrechern müssten wir uns ja wohlfühlen. Wir sind ja selber einer. Da muss irgendwas hinschießen. Oder kann irgendwas hinschießen. Wir machen hier erstmal Licht. Hey, was ist das? Das hast du gegen meine Männer eingesetzt. Alchemie. Geheimrezept. Das Rezept ist mir egal. Hauptsache, es leuchtet. Warts ab. Ha. Kann ich... Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich so ein paar Ratten hier in diese Ecke einsperren muss. Kann ich hier Teertauf schmeißen? Nee. Das ist nochmal, wenn ich ein Teertopf werfe. Das ist hier eine Teerlache. Und die kann ich anzünden. Wenn ich da dann noch mehr Teer reinschmeiße, müsste das ja noch heller leuchten, eigentlich. Dann kommen wir hier rüber. Schnell. Hoch. Bestanden. Weiß jetzt nicht, ob das jetzt genauso gedacht war, aber es hat jedenfalls funktioniert. Ab nach oben. Sicher. Also, die Höhlen ziehen sich bis nach da drüben. Das ist unser Weg. Das nennst du eine Abkürzung? Naja, wegen der Rampen sollten wir lieber wieder raus... Nein, ich gehe vor. Du kommst mit und gehorchst. Solange wir hier leben, rauskommen. Ja, wir bemühen uns. Den brauche ich. Diese Stöckchen. Komm, einfach mit. Ja, wir haben schließlich bis jetzt überlebt, also beschwer dich nicht. Wir kennen uns im Zweifelsfall besser aus als du. So. Hier einmal den Stock anzünden. Alter, lauf halt schneller. Du hast mich gerettet. Zusammenbleiben. Jetzt dürfen wir unsere ganzen Vorräte hier auch immer noch alles verschmeißen. Nur damit der Gute da auch endlich mal hinterherkommt. Das ist ja toll. Da gibt's nicht einen anderen Weg, zufällig. Ne. Sieht ja doch sehr einladend aus. Ah, aber da sind die Feuerschale drauf. Das ist doch mal ausgesprochen piraktisch. So, hilft der mal mit. Gut, einmal durchatmen und los. Das wird schrecklich, Amicia. Sogar der Junge hat Angst. Bist du dir wirklich sicher? Ziemlich sicher. Und das Licht auf dem Wagen gibt uns Deckung. Nicht, dass ich bereit wäre. Hier steckt's. Was ist das? Die dürfen wir ganz anders. Die machen das. Aus ihrer Beute. Aus Menschen. Verdammt nochmal. Jetzt ist wieder neu. Das ist halt wirklich die Frage, wenn wir ihn heilen, ob dann die Ratten einfach verschwinden. Oder ob die dann da sind, nur halt ohne irgendwen, um sie zu kontrollieren. Das ist halt wirklich die Frage, wenn wir ihn heilen. Oh, das ist ja nicht so. Oh, das ist ja nicht so. Das ist ja nicht so. Da unten können wir irgendwelche Materialien einsammeln. Frage ist, möchte ich nach da unten? Ich glaube, wir müssen. Hier lang, glaube ich. Vorsicht. Na klar. Da. Da. Ah, ich krieg andere Bolzen. Ah, ich kann brenne Bolzen schießen. Das wäre jetzt irgendwie witzig gewesen, wenn wir tatsächlich die Wahl gehabt hätten, ihn hier zu lassen. Ist da was auf dem Bogen, was man anzünden kann? Nee. Äh, Töpfe. 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 Tuzen. Ein einfacher Feuertopf. Ich habe keine Töpfe, verdammt. Hä? Ah! Hoch! Jetzt! Geht klar! Ups. Hm. Kann ich mit der Kontrollierung irgendwas machen? Nee, ich kann die... Die hier kann ich kontrollieren, aber die nicht. Ja, dass wir keine Töpfe haben, ist ein bisschen ungünstig. Wie soll ich mir hier Sachen anzünden? Soll ich mir von oben kurz nochmal angucken. Hä? Hä? Es muss ja auch ohne Töpfe irgendwie gehen. Ah. Okay, was sagt mir das? Da kann ich halt irgendwas hinschießen. Ah, er muss uns helfen. Und wirf ihn mir zu! Gut! Ich bin bereit! Auf dein Zeichen! Wirf! Perfekt! Aber so hilft es uns nicht. Ich brauche noch was, damit es brennen kann. Vielleicht Salpeter? Was ist jetzt Odoris herstellen? Was macht das denn? Das sagt mir keiner. Hier, Odoris! Versuchen wir's mal! Ah no! Siehst du die Kurbel da oben? Ich mach dir den Weg frei und dann rennst du dahin, klar? Ja, von mir aus! Ah, okay. Floris lockt Ratten an bestimmte Stellen. Das wirkt ziemlich weit. Wirf! Bist du sicher, dass der Köder etwas taugt? Er hat recht! Der Boden sieht komisch aus! Ja! Ich versuch was anderes! Äh... Können wir uns mal bewegen? Ich bleib in meiner Nähe! Mist! Jetzt haben wir unser Pürt verbraucht. Hätten wir den Boden jetzt anzünden können, nachdem die Ratten weg sind? Hm. Ich weiß es nicht. Jetzt ist es jedenfalls zu spät. Mist! Äh, kannst du uns noch so ein Ding zuwerfen, zufällig? Äh, ich kann die Kurbel nicht drehen. Bist du sicher, dass der Köder etwas taugt? Er hat recht! Der Boden sieht komisch aus! Ja! Ich versuch was anderes! Der Boden sieht komisch aus, aber was ist denn mit dem Boden? Ich bin verwirrt. Ich bin unsicher, was ich machen soll. Ich bin unsicher, was ich machen soll. Jetzt! Es klappt! Ja, weiß nicht, was das war, aber haben wir die Haut gerettet! Wir sind noch nicht draußen! Wofür ist die Kurbel? Keine Ahnung! Ausprobieren! Ja, dann probier mal! Übernimm du das, Arno! Los geht's! Sieht aus, als könntest du das benutzen, oder? Mit deiner Armbrust-Magie! Mal sehen! Können wir die Ratten damit hochheben? Hey, lass gut sein! Schon dabei! Da! Das sollte halten! Sag, wenn ich loslassen soll! Ich überlasse es dir, Arno! Einverstanden! Hä? Ich bin sehr verwirrt. Los! 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 Lauf, Arno! Und wie ich laufe! Hä? Wie, irgendwie haben wir die Ratten verpackt? Oder auch nicht? Was? Was ist das? Der Boden ist ganz klebrig! Sie sind überall hin! Moment! Hä? Ich steh so auf dem Schlauch gerade, ne? Der Boden ist irgendwie komisch. Okay, wir sind jetzt hier oben und Arno ist da drüben. Was hilft mir das? Wir sind hier oben und Arno ist da drüben und er kann uns das Ding hochkurbeln. Übernimm du das, Arno! Los geht's! Mach mal, aber was tut es? Seht aus, als könntest du das benutzen, oder? Mit deiner Armbrust-Magie! Mal sehen! Ja, ich kann da irgendwas draufschießen, aber was soll ich da draufschießen? Ich hab ja nix, was Ratten tötet. Ich kann sie anlocken, ich kann Teer draufschmeißen. Ich kann Sachen anzünden. Hm. Hm. Boah, kann ich die jetzt da hinlocken, auch wenn da... Ne, das geht da nicht. Habe ich die Pfeile nehmen können? Ich bin so verwirrt! Ich bin mega verwirrt! Was ist hier meine Aufgabe? Immerhin liegen hier neue Bolzen. Hinter der Klappe war jetzt auch kein Loch, wo man die Ratten hätte reinlocken können. Die sind auch nicht an das Brett geklettert, um dann da hoch zu gehen. Ja, hab ich doch schon versucht? Hey, lass gut sein! Los! Die so Feuerpfeile halten irgendwie ewig anscheinend. Voll. Moment, ich lade den Abschnitt kurz nochmal neu. Dass der Feuerpfeil weg ist. So. Habe ich hier neue Bolzen? Nee. Übernimm du das, Arno! Los geht's! Jezu, das ist echt so gedacht, dass man dann hier oben ist. Mit deiner Armbrust, Magie! Mal sehen! Ich hätte hier gar nicht runtergehen sollen. Ja, das sollte halten! Lass es! Schon dabei! Lauf, Anno! Und wie, ich laufe! Ja, schneller! Was für Hölle ist das? Der Boden ist ganz klebrig! Ist nur Blut von ihrer Beute! Und irgendein Sekret, das sie absondern, glaube ich! Keine Angst, ist nicht gefährlich! Macht ihr Witze? Die Stiefel verbrenn ich! Ach komm, du bist fast da! Widerliche Drecksscheiße! Ich bin da! Ja! Genug Nervenkitzel? Ich war in 100 Schlachten! Habe dem Tote ebenso oft in die Augen geblickt! Aber diese kleinen Scheißer lassen mich wie einen grünen Schnabel aussehen! Jetzt bist du gewappnet! Du bist der Schutzheilige der Optimisten! Also, hast du vielleicht noch weitere Tricks im Ärmel? Nein! Ich sehe nichts, worauf ich schießen kann! Und ich habe nichts, was lange genug hält! Nein, nein! Wir kommen hier raus! Warte! Ich weiß was! Schieß ein Feuerbolzen auf meinen Schild! Was? Aber dann brennt er! Das ist ihm völlig egal! Na gut! Von mir aus! Ich hätte ja auch in deinen Rücken schießen! Aber das ist ja fies mit diesem Rätsel, dass man einfach nicht da unten sein darf! Damit das geht! Würdest du dich dann auch mal umdrehen, damit ich da drauf zielen kann? Ah! Und das habe ich gespürt! Gut! Sobald du bereit bist, bitte schnell! Los geht's! Äh, der brennt nicht mehr! Hey! Das Feuer brennt wie die Hölle! Wir schaffen das! Habt ihr gehört? Aus dem Verkauf! Das Feuer brennt wie die Hölle! Das hat überhaupt nicht gebrannt! Okay, also entweder ich stelle mich hier gerade extra doof an oder es ist ein bisschen buggy! Und jetzt da oben wieder ein Blitz! Jetzt bist du gewappnet! Du bist der Schutzheilige, der Optimisten! Nee! Schade! Jetzt, ich muss mich vor ihn stellen, damit es triggert! Ich habe nichts, worauf ich schießen kann und ich habe nichts, was lange genug hält! Nein, nein! Wir kommen hier raus! Wartet! Ich weiß was! Schießt ein Feuerbolzen auf meinen Schild! Was? Aber dann brennt er! Das ist ihm völlig egal! Na gut! Von mir aus! So, jetzt funktioniert die Sache! Das habe ich gespürt! Gut! Sobald du bereit bist, bitte schnell! Los geht's! Wir schaffen das! Habt ihr gehört? Aus dem Weg? Ja! Kursch! Ah, dann kriechen die Feiglinge zurück in ihre Löcher! Das war's! Weicht zurück vor der Macht des Falls! Siehst du? Man gewöhnt sich dran! Ja! Jetzt haben sie Angst vor dir! Hörte nochmal! Ja! Aber mein Arm ist jetzt gut durchgebraten! Aber du bist der Wall! Und der Wall hat genug eingesteckt, Kleiner! Mein Körper ist so zerbeult wie mein Schild! So ist es im Krieg! Du brauchst einen guten Chiropraktiker! Na, jetzt haben wir's ja gleich! Wir sind fast da! Halt noch ein bisschen durch! Ich halte durch! Das kann ich! Feuerbolzen brennen anscheinend echt lang! Hey, wir haben's geschafft! So, Schluss jetzt! Ach! Hast du dich verbrannt? Geht schon! Hab nur ein bisschen geschwitzt! Gehen wir weiter! Runter da! Los! Bestanden! Werden! Exigente! Ja. Er... Untertitelung des ZDF, 2020